hallo hier ist martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun montag den ersten juni 2021 damit juni auftakt monatsauftakt monatsauftakt immer wieder ein bisschen was wo eigentlich gerne mal auch geld in die kassen reinkommt in die indizes definitiv jetzt vom zyklus her vom ich sag mal von der seasonalität her langsam monate wo man wieder ein bisschen vorsichtiger sein sollte wo gerne auch mal gewinnmitnahmen gemacht werden wo die leute halt einfach gerne mal geld aus dem markt rausnehmen um es für andere sachen auszugeben wie zum beispiel einen urlaub der ja vielleicht seit langem nun mal wieder ins haus stehen kann wenn ich dann auch mein vati angucke der probiert seit eineinhalb jahren urlaub zu nehmen um mal weg zu weg zu reisen und immer wieder das glück gehabt genau in corona hotspots urlaubszeit genommen zu haben diejenigen die da aber an ferien gebunden sind an kinder schulpflichtige kinder die den steht das jetzt noch bevor und wenn ich da jetzt so gucke die nächsten monate dürfte es ja überall ein bisschen lockerer werden ich glaube nicht dass das der große grund ist warum der markt etwas zurückkommen kann aber man sieht es halt einfach öfter dass über die sommermonate der markt der träger wird der ruhiger zur seite wird er sogar auch mal ein bisschen unterseitig anfängt zu übertreiben das ist ja durchaus was was wir seit können wir fast sagen seit november nicht mehr gesehen haben im markt das ist auch ein bisschen überfällig wenn ich mir das jetzt so anschaue ist es erstmal noch nicht akut sie zumindest also wir haben jetzt kein abwärtstrend wir haben keine markanten dynamischen fetten roten drückenden verkaufswellen drin und so dass wir sagen müssten er da aber vorsicht das ist alles noch recht entspannt hier deswegen kann ich mir gut vorstellen dass der dienstag nach oben raus ein bisschen versucht zu zaubern aber wir haben hier gestern ein paar sachen gesprochen wie zum beispiel wenn der dax zum montag schwächer tendiert und eher unterhalb von der 465 arbeitet dass er dann bestimmt sich an die 400 ran legt 420 400 und dort zur seite stehen bleibt um am montag den rest zu machen so haben wir es gestern gesagt wer den verlauf vom montag verfolgt hat der dürfte da ein kleiner aha effekt haben denn das kam auch so in etwa was wäre jetzt typisch für unseren dax für unseren dax wäre jetzt typisch wenn er zum dienstag da noch mal drunter steuert und zwar auch deutlich drunter steuert wenn er durchaus versucht entschuldigung unter 360 durchzugraben 350 360 durchzugraben da mal neues tief reinzusetzen das kann schon um 335 310 ausreichend sein wenn er es schnell genug hinkriegt sondern 310 schneller schuss auf 310 eine kleine aufgeregte kerze auf die dann der schnelle grüne stunden kerze folgt also h1 kann man noch probieren naja also in dem bereich hier ich sag mal bis im zweifel 270 das ist eine gute unterstützungszone jetzt zum dienstag wenn er denn dort grünen stunden kerzen generiert also ich will dort stärke sehen kommt der stärke rein hat die durchaus das zeug das ganze ding wieder zurückzuschießen sollten wir per abwärtsgibb reinkommen wäre dann die 45 435 ein ziel also von unten kommt ziel nummer eins ziel nummer zwei wäre dann hier oben der trend um 15.500 rum und wenn der dann aufbricht dürfte eine dynamische auflösung im folge der monatseröffnungswoche bis 670 sich lösen können ja vielleicht sogar noch ein stückchen höher aber das wären die potenziale die auf jeden fall jetzt auf der oberseite erstmal da sein wie gesagt oder da sind monatsauftakt und so weiter aber ich gestern schon so ein bisschen drüber gesprochen haben wir haben ja gestern eigentlich das alles schon vorweggenommen haben wir gestern auch gesagt wenn er eben tiefer dann wird er zum dienstag noch mal drunter stechen hier einmal rein und raus und genau das würde ich dann jetzt eben auch erwarten gut das heißt wir können hier aber mal den trickern mitnehmen können sagen okay wenn er denn die 500 oben rausgenommen kriegt ja dann durchaus plätzchen da auf der oberseite kleine ausbruch bisschen schmackes und ab geht die post und in diesem sinne können wir damit eigentlich die analyse schon zu machen das würde ich damit hier ein bisschen kürzer halten sollte tiefer gehen unter 270 dann aufpassen dann aufpassen dann aufpassen 235 auch sehr interessant aber ich sage mal alles was tiefer stück für stück dann aus dem channel schon rausgeht und das kriegt ihren touch richtung hier richtung 15.000 und noch mal drunter also da würde ich wirklich da ein bisschen aufpassen ich glaube nicht dass es kommt aber es sollte es kommen also sollte sollten wir keine grünen stundenkerzen hier in dem bereich sehen und einfach nach unten durch roten dann stimmt was nicht dann ist er schwach der markt deutlich schwächer als erwartet und auch zum monatsauftakt dann definitiv etwas was viele überraschen durfte und dann kann auch der mittwoch nach unten raus richtig noch nachlegen und stehen wir schwupp schwupp die hier unten hacken dann einmal hier kurz auf den trend wieder aufstoßen und zurück und dann sind sie schon wieder alle ganz aufgeregt dann das wäre auch ganz passend aber soweit ist es noch nicht ich sag mal eher wahrscheinlicher dass wir in dem bereich hier dieses musste probieren zu brechen das heißt die 15 500 ist oben interessant für einen bruch nach oben richtung 600 und mehr und ansonsten wäre ein rück schlag unter naja eigentlich schon unter 15 400 dann eher interessant richtung 15 360 richtung 15 300 und die 270 ja das sind die interessanten bereiche für mich zum dienstag passend wäre wenn er jetzt hier noch mal drunter schlägt und dann sollte man sich wenn er runter geschlagen hat ein bisschen auf die grünen kerzen fokussieren kommt die dann nämlich ganz kräftig dann steht er ganz schnell eben hier oben und steckt sich raus tag ist schade würde ich sagen klemmen wir uns heute mal weil us-feiertagshandelskerze die hat jetzt nicht sonderlich viel eindruck hinterlassen wir sollten auch immer noch in den wir sollten immer noch zwischen den zwei bollinger bändern umher pendeln haben damit das band noch nicht aufreißen können oben aber unten eben auch noch nicht wir drücken es langsam ein bisschen wieder auseinander wir hatten ja gesagt dass in dem moment wo der markt wirklich mal aus dem band raus steigt oben oder unten dann auch wieder etwas mehr bewegung kommen kann so wie wir uns hier gesehen haben ähm ist noch nicht war von daher der muss erst mal gepackt werden der darf noch mal an die in die halte hätte aber hier wenn er denn eben oben mal richtig raus läuft oder anfängt rauszulaufen durchaus auch ziele so im bereich um 15 49 bis sag mal im zweifel 16 1 50 hier so schön an die alten keilkanten eben dran die wir aus dem sommer auf letzten jahres noch mit uns her schleppen gut freunde damit soll es das sein ich wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschö und dann